So ihr Lieben, wir müssen jetzt Treppen herunter gehen. Das ist so eine große Straße hier, damit ihr mal ein bisschen Eindruck habt Impressio. Impressio. Ja, Elina macht auch jetzt. Elina ist klar, Torge. Torge Video. Noch ein bisschen, nicht? Ach, Foto. Gut. So, wir müssen jetzt mal runter gehen. Musik sogar. Musiker. Ja, das ist der Lautsprecher. Lautsprecher. So, jetzt gehen wir in den Keller. In den Keller gehen wir jetzt. Weil die Straße ist so groß, da kommt man nicht rüber. Und es ist gescheit, dass man hier runter geht. Ja, ja. Ja. Was ist hier, Metro? Ja. 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 Was ist das? Stand hier. Oh, das ist eine Konditorei. Ja, ja, ja. Lido. Lido. Lido, ja, das ist das. Lido. Aha. 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 Ah, alles glatt geht. Ja, ja. Tausende, tausende Süßigkeiten. Ha, ja. Na gut, das ist kein Problem. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ach, das ist ein Magazin. Ach, da gibt es Swette. Kunst Swette, Kunst. Alles Kunst Swette, Kunstblumen. Na ja, gut. So, dann ein bisschen Eindruck. So. Dann gehen wir wieder nach oben. Zur U-Litze. Zur U-Litze. So, was heißt das? Niekuritsch, aha, nie rauchen. Oh. So. So. Ho, ho. Ich würde schon nie gucken, was hier. Ja, ja, so was gut hier. Ja, привет. So, jetzt sind wir wieder oben. Jetzt sind wir im Keller wieder raus. So, sag mal. Also Maschine im Norgue. Autos gibt es genug hier. Da kann man sich nicht beklagen. Und der Sergi ist schon da beim Bistro, Restaurant-Bistro. So. Aha. Ja. So, jetzt sind wir beim Restaurant-Bistro, jetzt gehen wir erstmal was essen. Kuschen. Ja. Kuschen. Пока, пока. Tschüssi.